Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Luxusgegenstände wie Klopapier, Küchenrolle und Taschentücher gibt es nicht mehr. Wir haben für euch heute eine Alternative. Der Stefan hat gerade schon bemerkt, du hast ja gar nicht im Vorsprang gesagt, um was für ein Produkt es sich handelt. Ja, das ist eigentlich auch egal, weil die Firma, die das jetzt herstellt, spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe es bei Amazon gekauft, hier jetzt in dem Fall von Rias. Was es ist, zeige ich euch gleich. Nochmal kurz auf das andere Thema zurück, die Luxusgegenstände. Ja, ihr wisst selber, ich versuche seit Tagen Klopapier zu bekommen, einfach nur weil mein Vorrat ausgeht, nicht weil ich tausend Rollen horten will und es gibt kein Klopapier mehr. Ja, genau aus dem Grund sollte man immer eine Backup-Lösung haben. Für die Leute, die nicht in der Lage sind, mit einem Waschlappen sich einfach mal durch die Kimme zu gehen und damit sauber zu machen, gibt es natürlich auch Einweglösungen. Hier habe ich jetzt mal einfach eine klassische Küchenrolle, damit ihr das mal vom Größenvergleich nochmal seht. Und das Produkt, was ich euch heute zeige, ist das Perfect Tissue von Rias. Das sind im Prinzip Tabletten oder Handtücher in Tablettenform. Kommt in einer 100-Stück-Packung, jedenfalls in dem Fall, wo ich es jetzt gekauft habe, für knapp 10 Euro. Ist jetzt nicht günstig, aber wenn ihr euch überlegt, 100 Mal Arsch abwischen in dem Format. Ich weiß nicht, wie viel Klopapier ihr da braucht normalerweise, aber ich würde das nicht in das Format bekommen, auf jeden Fall. Ja, so sehen die Dinger aus. Kleine, harte Tabletten. Alles, was ihr braucht, ist ein Schnäpschen oder ein Schluck Wasser. Dann schmeißt ihr das da rein. Dann wird das groß. Dann könnt ihr es wieder rausholen. Und dann habt ihr hier ein feuchtes Tuch, was auch relativ reißfest ist. Also ich habe das eben schon mal auch dem Stefan gezeigt. Der hat auch gesagt, das ist ja eigentlich ziemlich gut. Also von der Reißfestigkeit kein Problem. Und von der Größe her seht ihr, das ist auch nicht gerade klein. Wenn man das hier so nimmt und zieht, das ist auch wirklich, und ihr seht, es ist auch ordentlich feucht jetzt durch das Wasser natürlich. Damit kriegt ihr auf jeden Fall, ich sage mal, zwei, dreimal kann man das bestimmt bei einem Durchgang natürlich benutzen. Ja, das heißt, einmal wischen, falten, zweimal wischen, falten, dreimal wischen. Und dann sollte der Bob es aber auch sauber sein. Kann man natürlich auch für andere Geschichten benutzen. Der Stefan hat von dem Spaß gesagt, fand ich auch ziemlich cool. Wenn ihr kein Wasser habt, könnt ihr einfach drauf pinkeln und dann ist das Ding auch nass. Ist natürlich dann nicht im Sinne der Hygiene, aber wäre auch eine Möglichkeit. Also hier im Vergleich nochmal die Größe. Wir finden, das ist echt ein cooles Produkt, weil es relativ klein ist und halt überall mit reinpasst. Und perfekte Backup-Lösung, wenn ihr kein Klopapier mehr bekommt. Das ist eigentlich auch schon unser Fazit. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kurz und knapp. Im Falle einer Krise hilft Rias Perfekt-Tissue. Ja, cooles Produkt. Links Amazon ist unten eingeblendet. Und einfach nach Compressed Mini-Towel suchen. Dann findet ihr auf jeden Fall das Ding. Habt ihr noch Fragen zu dem Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst ja, was da sonst immer alles kommt. Blablabla, Kanal liken und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Bis dann. Bis dann.